Herzlich willkommen zu meinem ersten Video-Tutorial zum M5 Stick C. In diesem Tutorial möchte ich euch den Stick kurz vorstellen und dann erklären, welche Schritte ihr alle unternehmen müsst, um diesen Baustein mit der grafischen Programmierumgebung zu programmieren. Der Mikrocontroller wird inklusive eines kleinen USB-C-Kabels in einer rechteckigen Box ausgeliefert. Nach dem Einschalten startet er zunächst in einem Hardware-Testprogramm. In diesem Hardware-Testprogramm kann er nicht über USB-C programmiert werden. Dazu müssen wir eine neue Firmware auf den Baustein schreiben. Auf der Homepage des Herstellers finden wir im Download-Bereich die dafür benötigte Software. Dort finden wir einen englischen User-Guide, die Entwicklungsumgebung UI Flow, das Flash-Tool M5 Burner und die Treiber. Während des Downloads lohnt sich ein Blick in den User-Guide. In diesem Tutorial benötigen wir die drei Knöpfe A, B und Power, sowie den USB-Port zum Programmieren. Dem Herunterladen der Programmierumgebung des Flash-Tools und der Treiber entpacken wir diese und installieren zunächst die Treiber-Dateien. Auf das Installieren der Treiber verzichten wir hier im Video, da dieses auf diesem System schon geschehen ist. Im Anschluss öffnen wir nun die Flash-Software M5 Burner, öffnen den Geräte-Manager und schließen das USB-C-Kabel an den Baustein an. Der M5 Stick wird nun dem Geräte-Manager mit seinem COM-Port angezeigt. In diesem Falle COM9. Im Flash-Tool laden wir nun die aktuellste Firmware für die Programmierumgebung UI Flow herunter. Nach Abschluss des Downloads wählen wir nun den COM-Port, die Firmware und den Bautyp aus und starten den Flash-Vorgang über die Taste Burn. Ist der Flash-Vorgang abgeschlossen, fahren wir den Mikrocontroller durch 6-sekündiges Drücken des Power-Buttons herunter. Erneutes, kurzzeitiges Drücken des Power-Buttons startet den Mikrocontroller wieder. Der Baustein befindet sich nun im WLAN-Einrichtemodus. Um in den USB-Modus zu kommen, drücken wir in den Kult die Power-Taste. Den automatischen Boot-Vorgang unterbrechen wir durch das Drücken der Taste A. Durch zweimaliges Drücken der Taste B wechseln wir nun zum Setup-Modus. Mit der Taste A wählen wir diesen aus. Nun wechseln wir durch einmaliges Drücken der Taste B auf den USB-Mode und quittieren diesen durch das Drücken der Taste A. Auf dem Display erkennen wir nun, dass der Mikrocontroller bereit ist, über USB-C programmiert zu werden. Hierzu starten wir die Programmierumgebung UI-Flow, stellen den COM-Port und den Baustein-Typen ein und erkennen nach dem Start sofort, ob die Verbindung zu dem Baustein geklappt hat. Sollte keine Verbindung bestehen, empfiehlt es sich, den Baustein einmal vom USB-Port zu trennen oder unter Version zu kontrollieren, ob die aktuelle Programmierumgebung genutzt wird. Für einen ersten kleinen Test benennen wir nun das Programm um in Blink, fügen dem Display eine Titelleiste hinzu und erstellen in der grafischen Programmierumgebung eine Dauerschleife, in der wir eine LED eine Sekunde lang ein- und ausschalten. Drücken wir nun auf den Run-Knopf, sendet das Programmiertool das kleine Programm an den Mikrocontroller und dieser führt es aus. Schalten wir den Baustein aus und ein, verschwindet das Programm wieder aus dem Speicher. Der Baustein ist wieder in der Programmierstellung. Um Programme dauerhaft in den Speicher des Bausteins zu schreiben, müssen wir diese dort anders hochladen. Der Menüpunkt, über den dies geschieht, heißt unglücklicherweise Download. Eigentlich müsste er Upload heißen. Nach dem so hochgeladenen Programm startet der Baustein neu und beginnt auch gleich mit der Ausführung des Programmes. Selbst nach einem wiederholten Neustart führt er das Programm weiter aus. Das Programm befindet sich nun im Speicher des Bausteins. Alle im Speicher befindlichen Programme können über den Menüpunkt Applist abgerufen werden. Öffnen wir nun ein neues Programm aus einer Datei und wollen dies hochladen, scheitern wir zunächst. Der Mikrocontroller befindet sich im ausführenden Modus und ist nicht bereit dafür, über USB-C programmiert zu werden. Daher müssen wir zunächst im Setup den USB-Modus wieder einstellen. Die Lauffähigkeit des Programmes wird am besten über den Run-Button getestet. Bei erfolgreicher Ausführung kann über den Menüpunkt Download das Programm fest auf den Mikrocontroller gespeichert werden. Nach einem erfolgreichen Upload führt der Baustein immer das zuletzt hochgeladene Programm aus. In der Applist erscheinen nun alle hochgeladenen Programme. In dieser Liste können wir nun auswählen, welches Programm der Baustein ausführen soll. Dieses zuletzt ausgewählte Programm wird auch jeweils nach dem Neustart des Bausteins ausgeführt. Das war mein erstes Tutorial zu dem M5-Stixi. Habt ihr Fragen, Wünsche und Anregungen? Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Vielleicht kann ich in einem meiner nächsten Videos darauf eingehen. Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. ZD-E-N-N-G-G-T-N-G-T-G-E-N-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G.